Herzlich Willkommen zur e-Lecture zum Nachsehen, einem kurzen Online-Vortrag zum Mitnehmen und Konsumieren, wann Sie wollen und wo Sie wollen, so wie guter Kaffee in einem Pappbecher. Das Thema dieser e-Lecture ist Go Conqueror. Sie erfahren in den kommenden Minuten, was ist Go Conqueror eigentlich und wie können Sie das als Lehrkraft sowie Ihre Lernenden zum Lernen einsetzen. Go Conqueror bedeutet frei übersetzt los erobere. Es ist eine Lernplattform, eine Ansammlung von Lerntools, eine Zusammenstellung von Lerntools, die für Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Institutionen spannend ist. Ich möchte heute zeigen, ganz ganz schnell, wie kann ich als Lernende, als Lernende sowie als Lehrkraft Go Conqueror nutzen. Prinzipiell geht es um vier Bereiche. Ich kann mit Go Conqueror mit diesem Online-Tool, mit dieser Online-Plattform ganz einfach verschiedenste Arten von Lernressourcen erstellen. Online-Lernressourcen, interaktive Lernressourcen, ich finde auch andere Lernressourcen, denn es gibt ganz ganz viele Menschen, die erstellen welche und die kann ich dann auch verwenden. Ich kann Lernressourcen mit anderen teilen. Das heißt, ich kann als Gruppe, egal jetzt als Lehrperson mit den Lernenden oder nur Lernende untereinander gemeinsam hier Ressourcen teilen und es hat etwas Soziales das Ganze. Das wirkt ein bisschen wie ein soziales Netzwerk und ich kann das Lernen organisieren. Wenn ich das erste Mal da bin, muss ich mich registrieren. Das bedeutet E-Mail-Adresse und Passwort und ab diesem Zeitpunkt brauche ich mich nur mehr anzumelden und schon bin ich in Go Conqueror. Die Oberfläche ist sehr sehr reduziert und intuitiv zu bedienen. Wir haben hier oben eine blaue Linie, sozusagen die Menübar, die Menüleiste und hier links haben wir dann die Organisation. In der Mitte haben wir eine Art Timeline, das bedeutet, wie schon gesagt, es hat so einen Sozial-Netzwerk-Charakter das Ganze und rechts haben wir noch ein paar Hilfen, die uns gerade beim Lernen unterstützen. Ich möchte jetzt ganz schnell zeigen, wie kann ich mit diesem Online-Tool Lernressourcen erzeugen und wie verwalte ich diese Lernressourcen, egal ob ich eine Lehrkraft bin oder ein Lernender. Zum Erstellen klicke ich natürlich links oben auf Erstellen und ich kann dann eine dieser fünf Lernressourcen kreieren und es ist ganz ganz einfach. Ich möchte jetzt nur beispielshalber eine Karteikarte herzeigen. Das heißt, wie erstelle ich Karteikarten. Man kennt diese vermutlich aus der Offline-Welt. Auf der Vorderseite steht meistens das deutsche Wort oben und auf der Rückseite das englische etc. etc. Ich steige ein und das erste, was wir machen, das würde ich empfehlen, einen Titel zu vergeben. Ich nehme jetzt den Titel Hardware. Ich vergebe gleich mal Schlagwörter, denn wichtig ist, wenn ich es dann veröffentlichen möchte, öffentlich brauche ich drei Schlagwörter. Computer, Enter, Hardware, Enter und dann nehmen wir noch CPU und eine kurze Beschreibung. Hier lernst du die einfachsten Hardware-Teile und drücke Speichern. So, und jetzt kann ich ganz ganz einfach und im Easy-to-Use-Modus, denn alles Playgroup Conquer ist hier so einfach aufgebaut, Karteikarten erstellen. Ich klicke in der Mitte auf der Vorderseite, schreibe rein Motherboard und auf der Rückseite möchte ich stehen haben, Hauptplatine. Ich könnte jetzt auch auf einer Seite ein Bild hochladen, muss ich nicht und möchte ein neuer Karteikartenset einfügen. Auf links soll stehen CPU und rechts soll stehen frei, was jetzt ganz einfach Prozessor. Und ich könnte jetzt immer mehr solche Karteikarten einfügen. Ich könnte jetzt auch auf die Farbe der Vorderseite einfach ändern. Ich könnte den Text ändern und so weiter und so fort. Nehmen wir an, ich bin fertig, ich habe 100 Karteikarten erstellt und habe so jetzt die verschiedensten Begriffe aus der Hardware fertig für eine Lernkartenset. Ich kann mir das Ganze dann mal in der Vorschau ansehen. Und jetzt merkt man gleich die Power dieses Lernkartensets. Motherboard, jetzt muss ich nachdenken, was ist schnell noch ein Motherboard. Ich klicke drauf, da steht Hauptplatine. Natürlich könnte jetzt hier noch mehr Klärtext stehen und so weiter. Gut, die nächste Karte, CPU, ich drehe sie um, Prozessor und so weiter und so fort. Da könnten jetzt ewig lang Karten kommen. Ich kann das Set auch immer wieder mischen und ich kann das Set auch umdrehen, sodass ich dann quasi die anderen Begriffe habe und ich muss die andere Seite erraten. Gut, wenn ich jetzt fertig bin mit der Erstellung, klicke ich einfach auf Ressourcen schließen. Genauso einfach, wie ich nun diese Karteikarten erstellt habe, könnte ich andere Online-Ressourcen erstellen. Mindmaps, Quizzes, Foliensets oder Notizen. Mindmaps, ich glaube, die kennt man, Online-Mindmaps. Das Tolle ist, dass man hier andere Ressourcen, wie Karteikarten, an die Mindmap-Ecken anhängen kann. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Mindmap machen würde zum Computer und ein Ass davon wäre Hardware, dann könnte ich dann mit einem Klick die Karteikarten dort anhängen. Das ist generell hier so bei GoConqueror, man kann die unterschiedlichsten Ressourcen miteinander vernetzen. Folienset ist sozusagen eine Folienpräsentation, aber eine interaktive. Auch hier kann ich dann wo draufklicken und plötzlich öffnet sich ein Quiz, ein Mindmap und so weiter. Das heißt zum Erstellen hierher klicken, intuitiv ganz einfach. Alle meine Sachen, die ich erstelle, werden in Fächer organisiert. Die kann ich mir hier anlegen. Alles, das ich neu mache, befindet sich dann im Fach Allgemein und von hier aus kann ich dann dieses Ding zuordnen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Hardware, das haben wir soeben vorher erstellt. Und Hardware könnte ich jetzt hier weiter bearbeiten, ich könnte es kopieren und so weiter. Und ich kann es natürlich auch verschieben in ein anderes Fachgebiet. Hardware gehört in OMI, Office Management, Angewandte Informatik, Hack 1, dieses Fachgebiet hinein. Wenn ich jetzt hier schaue bei OMI Hack 1, werde ich dann Hardware gleich hier oben finden. Das heißt hier habe ich es dann organisiert. Möchte ich jetzt mit anderen arbeiten, zum Beispiel mit Lernenden, möchte ich mit denen etwas machen, dann muss ich mir noch Gruppen organisieren. Das heißt für mich persönlich jetzt als Lernender zum Beispiel, würde es reichen, wenn ich meine Sachen hier einfach organisiere in Form von Fächer oder es wird auch manchmal Fachgruppen genannt. Möchte ich mit anderen interagieren, dann muss ich Gruppen machen. Ich habe hier schon mal eine Gruppe meiner 3AS erstellt. Und hier kann ich dann in diese Gruppe Lernressourcen, die ich jetzt als Lehrkraft zum Beispiel erstellt habe, einfügen. Dazu klicke ich auf neues Thema hinzufügen. Ich nehme jetzt hier ein neues Thema, das heißt dann Hardware und in dieses Thema, das wird hier unten jetzt als Balken dargestellt, es ist so leer. Hier erstelle ich eigene Lernressourcen und Hefte aus der öffentlichen Bibliothek an. Hier kann ich jetzt dann ganz einfach andere Lernressourcen anheften. Pin-Resourcen, es werden jetzt gleich mal alle meine Lernhilfen hier angezeigt. Und die kann ich dann ganz einfach hier mit einem Klick importieren. Ich nehme jetzt mal hier einfach die Elemente eines Computers, klicke auf das Kontrollhäckchen und aufteilen. Und schon wird das Ganze dann hier eingefügt. Ja, GoConquare lässt nicht nur ganz, ganz einfach zu, dass man Ressourcen erstellt. Man kann mit diesem Tool auch ganz, ganz viele andere Bildungsressourcen suchen und dann woanders anheften. Ich gebe mal ein zum Beispiel den Begriff Shortcut. Und schon sucht mir GoConquare alle Möglichkeiten, alle möglichen Ressourcen, die von anderen Personen erstellt wurden, zum Thema Shortcuts. Die kann ich jetzt hier direkt spielen. Windows plus D, okay, also hier haben wir wieder Karteikarten. Das ist der Testo-Wahnsinn. Okay, nächstes. Ich kann das Set mischen und so weiter. Und ich habe auch die Möglichkeit, diese Ressource in eines meiner Fachgebiete anzuheften und wieder aufzufinden und öfters zu spielen. Das heißt, zusammenfassend, GoConquare ist eine Lernplattform, die es mir ermöglicht, Ressourcen zu erstellen und die es mir ermöglicht, andere Ressourcen zu finden. Ich kann in Gruppen mit Schülerinnen und Schülern arbeiten und ich kann meine eigenen Ressourcen wunderbar organisieren. Ja, was kostet das Ganze? Prinzipiell, die Anmeldung war ja kostenlos. Zu Beginn hat man den Basic Plan. Das heißt, man kann drei Fächer anlegen und insgesamt 20 Ressourcen erstellen. Wenn man jedoch GoConquare an drei Freunde empfiehlt, kann man unbegrenzt Fächer und unbegrenzte Ressourcen erstellen. Alle Ressourcen, die ich aber hier erstelle, sind öffentlich. Das heißt, diese Ressourcen werden, so wie ich die Ressourcen hier gesucht habe, einfach von anderen Menschen ganz leicht gefunden. Wenn ich das nicht möchte und wenn ich auch keine Werbung möchte, dann muss ich upgraden und 13 Euro circa im Jahr bezahlen. Ja, wie kann ich GoConquare jetzt als Lehrkraft noch didaktisch einsetzen? Also prinzipiell ist es ja sehr, sehr einfach zu betiteln und didaktisch unterschiedlichstmöglich. Je nachdem, welche Lernende habe ich, welche Ausstattung haben die Lernenden, wie sind sie es gewohnt zu lernen und wie unterrichte ich. Es hängt natürlich auch vom Fach etc. ab. Mir sind unterschiedlichste Varianten eingefallen. Selbstlerntool, also für Lernende selbst oder auch für mich jetzt als Lehrkraft, man ist ja ständig Lernender, Lernende. Blended Learning, das heißt, wenn ich noch keine Lernplattform verwende, vielleicht ist das ein tolles Einstiegstool. Flipped Learning, das bedeutet im Sinne des Flipped Classrooms sehr stark ins Lernen hineingehen lassen. Ja, nicht vorne stehen alles Forderungen in einem Vortrag, sondern vielleicht die Lernenden selbst als erkunden zu lassen. Die Plattform ist auch wunderbar, um den Austausch zwischen den Lernenden zu fördern. Man sieht auch hier in der Mitte, man hat hier sozusagen so eine Art Timeline. Man kann nur noch liken, wenn andere Menschen etwas gemacht haben, etwas geteilt haben, etwas geschafft haben. Und ich könnte auch mit Hilfe von Online-Notizen zur Art E-Books erstellen. Notizen sind Webcollagen, wo man ganz einfach die unterschiedlichsten Ressourcen von YouTube-Videos bis hin zu den einzelnen GoConquerer Lernressourcen einbinden kann. Also, GoConquerer ist eine Ressource, die wirklich toll ist und es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich am Ende noch betonen möchte. Jede Ressource kann man auch mit einem Klick ausdrucken. Das bedeutet, wenn mal der Computer im Klassenzimmer oder sonst wo streikt, dann kann man das Ganze einfach ausdrucken. Außerdem ist dieses Ding auch responsive. Das bedeutet, Sie können das mit jedem Gerät, egal ob Smartphone, Tablet, Notebook, PC, verwenden. Ja, somit vielen Dank fürs Zusehen, fürs Ansehen dieser eLecture Takeaway und hoffentlich bis bald am Online-Campus VPH. Vielen Dank fürs Zusehen, fürs Zusehen, fürs Zusehen.